Mein Sohn, der 12-Jährige, ist großer Liebhaber von Erdbeeren. Und deswegen blieb mir nichts anderes übrig, als auch einen Erdbeergarten anzulegen. Und das haben wir hier. Ich habe hier die Erdbeeren und dazwischen in den Fugen haben wir Sägemehlrein. Wir dachten damit sozusagen, den Schnecken da rauszumachen. Aber von wegen. Die kommen da schon dran. Und da besann ich mich, dass die Firma Schacht einen Schneckenzaun auf der Basis von Niem entwickelt hat. Und genau das war das Ei des Kolumbus. Jedenfalls, wir haben hier unglaublich viele Erdbeeren geerntet im Frühjahr, ohne dass nachher die Schnecken sich daran laben konnten. Ist doch auch eine tolle Sache.